Vitali Safronovs herrliche, lebensgroße, überlebensgroße Bronzefigur einer jungen Frau, überzogen mit den Blättern des Lebensbaums, der Thuja, erinnert uns daran, dass wir alle nur ein Teil der Natur sind. Vitali Safronov ist bekannt, ja geradezu berühmt für seine kleinen anekdotischen Figürchen, die den Lebensalltag erzählen. Daneben ist es ihm wichtig, diese Metamorphose zu zeigen, diese immerwährende Wandlung, die uns als Mensch auch ergreift und erfasst. Wir werden geboren, um zu sterben. Unser ganzes Leben ist ein ständiger Wandel. Und diese Figur, die sich selbst der Natur anverwandelt, ist ein sinngebendes Zeichen. Wir bleiben Teil dieser Natur und darin auch der Unvergänglichkeit, des Ewigen an der Wandlung. Hinreißend in der Schlankheit, elegant, großzügig, einfach eine bedeutende zeitgenössische Bronzearbeit.